So. Weiß denn langsam wieder aufstehen? Wenn du stehst, komm noch mehr um. Auf diese Position. Dreh dich schwer und komm jetzt zurück. Wie gesagt, spitze. Töner. Sehr schön. Hau um und abwärts Bewegung. Wenn du merkst, es wird dir ein bisschen zu viel. Dann setzen wir da auf höhere Niederstand. Gleichung ist zurück, wenn du bist. Jetzt auf der einen Fall der Zündung. Wie gesagt. Widerstand was lösen. Gleichness.